ich habe doch ein schickes Haus verlassen also das sehe ich ja nur ein warum man deswegen sein Haus verlässt so aber da haben wir ja jetzt schon mal noch bisschen Geld für ne ein paar Feuerwehr für ein paar mehr Feuerwehrautos so mein Freund, willst du mir was Neues sagen? gar nicht wohnen damit wir können aber nur Porn fürs Geschäfte machen wir haben hier kein Händchen Rohölzentrale für unsere Geschäfte können wir vielleicht ein paar Anzugträger in die Brüche setzen die das Rohöl für uns zum richtigen Preis verkaufen mach ich nicht sofort aber dann später der meint bestimmt das hier ne 9600 Perol müssen wir auch schon mal abbauen an einem Tag das kann auch ein bisschen dauern so ein bisschen ja damit ihr mich richtig versteht ein bisschen aber 5000 also rund 4 4 4 4200 96 Einwohner braucht man noch boah das jetzt lange geht ah guck ist sogar schon mehr geworden wieder aufrecht sind nicht mehr sicher stellen sie einen Polizisten ein Mimimi Mamen unserer Polizeizentrum ne Gefängniszellen obere Etage na in Gebäude muss reichen so viel steht ja schon nochmal fest wo du kannst das da nicht 11 und 25 ja das muss ja jetzt schon mal reichen würde ich einfach mal behaupten ja so langsam ziemlich übel sag ich einfach mach ich dann hab ich doch schon mal vom Hals hier ja das das hier ist so die FDP das hier sind die die Piraten die gegen alles und jeden sind aber ne das sind die Anarchisten die sind gegen alles und jeden aber haben selber keine richtige Meinung und das hier sind die Grünen ja alles schön sauber machen aber wenn es ist wir sind bei Deutschland äh bei der EM oder WM für Deutschland ne dann sind wir alle Nazis ja hier Grün die Piraten und die FDP bei der FDP ist mir zwar noch kein Grund eingefallen aber es wird schon so wird schon so sein wie ich das sage ansonsten euch doch läuft ganz gut das will ich hören ich will hören dass das Geschäft super läuft oder wenigstens gut Straßen Upgrades meine Kumpels ihr braucht Straßen Upgrades sagt doch Bescheid wo hat ich denn ja spendieren wir euch mal so ein Straßen Upgrade so wenig Platz zum Erhöhen der Dichte Fleisch Pasteten und GmbH und Co Fleisch Pasteten hatte ich noch nie gegessen haben hm ich denk mal so probieren würde ich das schon gerne so wie viel kostet eigentlich so eine Pobelzentrale in der Stunde 450 geht doch geht doch ja ich denk mal wenn ich ö ö ö ö ist das schon weniger weniger geworden äh ja ich denk mal das wird auf jeden Fall möglich sein das zu machen und dann springe immer noch zwei zusätzliche Kräne da hin kann das dann noch schneller gehen springt an meine Sklaven springt an habe ich gesagt ist eigentlich von ne ungenutztes Potenzial ja ich weiß dass ihr Busse wollt ey ihr wollt Busse dann kauft euch fülchen und macht Fahrgemeinschaften würden die Straßen auf einer Saße ja der Export läuft doch super 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 abwasser deswegen braucht man eine Versorgungsabteilung ja ich denke mal als nächstes Versorgungsabteilung und danach brauchen wir aber die Sicherheitsabteilung früher oder später brauchen wir aber noch die Bildungsabteilung ja ich hab eine Katze nochmal ist schon ja auch nochmal ne wir haben zu wenig Platz zum Verbreiten oder zum Ausbau ne ne aber jetzt ist solche großen die wir brauchen das sind die Deutschen erst meckern und dann merken wir doch genug Platz so aber wenn wir jetzt gerade mal beim Meckern sind ja ich würde mal gerne einen Schluck trinken deswegen drücke ich immer kurz auf Stopp und mein Gerät mache ich auch mal kurz aus ja wir sehen uns dann hier gleich heute bis gleich so da bin ich wieder jetzt hab ich meine Flasche klein in dem Bett stehen deswegen ist das geht das relativ schnell mit dem und so mit dem trinken und was muss denn wenn man so ein komisches Gefühl im Hals hat das ist das ganz merkwürdig aber das soll euch ja nicht interessieren ne boah ihr wollt ja nur hier am Ende das Spiel sehen ja 200.000 das klingt das ist so Wohlpunkt in den Ohren ja und das ja jawoll also mein Plan hat funktioniert Leute alles läuft wie gehabt oder wie es funktionieren sollte an meinen Vorstellungen und das brauchen wir bisher knapp 3500 Moment sag mir nicht dass das da gar nicht ankommt und was das ist das was ist das was was das ist das mal kurz ausstrecken. Nicht, dass ihr euch hier über diese Geräusche verwendet. 4500 Stunden, boah.